Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. In Heidelberg heißt sie Familie Schumacher in der Gutschenke Bierhelderhof herzlich willkommen. Das beliebte Auslugsziel ist besonders für seine gutbürgerliche deutsche Küche bekannt. Die vielfältige Speisekarte reicht von Gasthausklassikern wie Gulasch, Rumsteak und Angusrind aus der eigenen Zucht über deftige vegetarische Gerichte wie Käsespätzle bis hin zu regionalen und saisonalen Leckerbissen wie etwa heimischen Wildspezialitäten. Die traditionellen Rezepte und die frischen Zutaten stehen für exzellente Qualität und Genuss. Im Hofladen vor Ort können hausgemachte Produkte direkt mitgenommen werden, ob als Einkehr, zur Erfrischung nach einer Wanderung oder als Location für Feste und Veranstaltungen. Das ansprechende Ambiente des historischen Gutshofs und der gemütliche Biergarten laden zum Verweilen und Genießen ein. Gutschenke Bierhelderhof – empfohlen von der Firmen-TV-Redaktion.